Heute gibt es die beste Strategie, um die Weihnachtsferien möglichst effizient zu nutzen. Willkommen zurück Abiturdäten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Die Weihnachtsferien sind da und jetzt natürlich die Frage, wie können wir die am produktivsten nutzen. Für einige von euch geht es ja mit ins Abiturdäten Bootcamp, da laufen jetzt gerade für mich noch die letzten Vorbereitungen und dann geht es endlich los. Solltet ihr dazu spontan noch irgendjemand unbedingt einen extra Platz irgendwie haben wollt, schreibt mir gerne auf Instagram at leo-eckel und für alle anderen, die nicht zum Bootcamp mitfahren, gibt es jetzt die besten 5 Tipps, wie du diese auch bestmöglich nutzen kannst, damit du deinem Traumabiturschnitt näher kommst. Erstens Reflexion und zwar sowohl über dein schulisches als auch persönliches 2018. Denn wenn wir in die Ferien kommen, passieren entweder zwei Dinge. Endlich, wenn du sagst dir, es war so anstrengend, ich brauche jetzt erstmal eine Pause oder du sagst dir, jetzt muss ich die Ferien und tassel direkt bla 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 weiter. In meinen Augen solltest du keins von beiden tun, sondern nimm dir wirklich gleich den allerersten Tag, vielleicht am besten, wenn du schon von der Schule heimkommst, nimm diesen Moment, um zu reflektieren. Denn du denkst dir vielleicht, ja, aber ich will erst das und das und das in die Ferien machen und reflektieren kann ich auch noch in drei Tagen. Glaub mir, du wirst es vergessen. Du wirst es garantiert vergessen. Deswegen würde ich dir empfehlen, reflektiere sofort am ersten Tag, weil da ist auch dieses Schulgefühl noch wesentlich frischer. Überleg dir wirklich, was lief gut, was lief schlecht. Nutz es einfach, um das wirklich auch einsinnern zu lassen, auch nur emotional. Dass du einfach wirklich verstehst, hey, krass, das alles passiert. Und dass du das verarbeitest und aus diesen Erfahrungen auch wieder gestärkt dann für 2019 hervorkommst. Zweitens, komplett abschalten. Auch wenn man das Abitur lebt, sich natürlich denkt, okay, ich mache kurze Pause und dann ziehe ich sofort wieder durch. Und dann bam, 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 okay, Weihnachten verbringe ich mit meiner Familie und dann vielleicht noch den ersten Weihnachtsfeiertag vielleicht bei der erweiterten Familie. Und dann muss ich aber wieder lernen, weil meine Klausuren kommen schon nach Weihnachten. Kann ich vollkommen verstehen, okay? Bin auch im Hasse. Kann ich vollkommen verstehen. Aber auch ich zum Beispiel nehme mir wirklich vier bis fünf Tage Pause. Und das ist auch wirklich super, super wichtig. Weil nur wenn du dir diese Pause nimmst, kannst du, du musst ab und, es geht nicht unbedingt darum, dass du dich immer so sehr wieder erholst. Weil oft, vor allem wenn du gute Routinen hast, schaffst du das Abitur, den vielleicht wirklich sogar schon auch relativ, nicht entspannt, aber du bist diese Anstrengungen gewohnt und auch diese Leistung konstant zu bringen. Aber es ist vor allem auch wichtig, dass du einfach mal mental abschaltest. Wenn du die ganze Zeit nur auf eine Sache, Noten, 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 Noten fokussiert bist, es wird irgendwie too much. Ja, es wird einfach too much. Deswegen nimm dir eine Pause, ich nehme mir auch eine Pause, bevor es dann für mich und für alle, die mitfahren, eben direkt ins Bootcamp weitergeht. Deswegen, aber ich nehme mir die Pause. Okay, nimm du dir die Pause auch, es lohnt sich definitiv, weil du dann danach wesentlich mehr Bock hast, richtig durchzustarten. Drittens, realistischen Plan erstellen. Das würde ich dir vielleicht so am 27. empfehlen, dass du dir da wirklich einfach mal hinsetzt und denkst, was will ich jetzt in den Ferien noch für die Schule machen? Und dass du dann nicht sofort zum Lernen anfängst, weil ich habe jetzt schon lange Pause gemacht, ich muss lernen, 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 weil du wirst dich nur wieder verrennen. Viel wichtiger ist, dass du dich erstmal hinsetzt, was mache ich jetzt in den 10 Tagen, die ich vielleicht in den Ferien noch habe, was macht wirklich den Unterschied? Das heißt, versuch dich nicht einfach random auf jedes Fach vorzubereiten oder auf das Fach, wo du letztens unzufrieden mit deiner Performance warst oder deinen Ergebnissen, sondern wirklich, was kann ich konkret lernen? Und ich muss auch nur sagen, ich lerne für das Fach, sondern was genau in dem Fach? Und überleg dir im Voraus, was hat den großen Impact darauf, dass du dann nach dem Weihnachtsfeld drin im neuen Jahr die besten möglichen Noten schreiben willst? Viertens, nur mit Spaß arbeiten. Für viele von euch ist die Oberschufe sowieso schon stressig genug. Deswegen würde ich dir unbedingt empfehlen, dass du gerade in den Weihnachtsferien, du hast, ich weiß, du hast danach vielleicht direkt wieder Klausur, aber trotzdem hast du ein bisschen mehr Zeit, wie wenn du unter der Schule die ganze Zeit dich auf die Klausuren vorbereiten musst. Das heißt, nutz dieses Mehr an Zeit wirklich auch dafür, wieder mit dem Spaß, der Freude am Lernen zu connecten, weil wenn du das schaffst, hast du wesentlich mehr Motivation und kannst diese Freude, diese Euphorie vielleicht auch dabei, sich gut vorzubereiten und auch wirklich dieses Gefühl von, hey, ich bereite mich jetzt schon vor, obwohl eigentlich noch Ferien sind. Das irgendwie auch, tue ich das ganze Schuljahr wieder mitzunehmen. Und wenn du dann einfach eine viel positivere Einstellung dem Lernen gegenüber hast, wird es dir viel leichter feinstellen, du wirst wesentlich motivierter sein und es wird sich auch wesentlich besser anfühlen. Und das sind einfach drei Dinge, die mega wertvoll sind und lieber hast du dann einen Tag nicht ganz so effizient genutzt, wie du ihn hättest nutzen können, aber dafür macht es einfach wieder Spaß zu lernen, dass wir dich langfristig wesentlich weiterbringen. Fünftens, das Gefühl von Stolz genießen. Sowohl einfach auf deine Ergebnisse in 2018, egal ob die schon mega top waren oder einfach nur der Schritt in die richtige Richtung waren und auch einfach darauf, dass du dich in den Ferien schon vorbereitest. Wirklich einfach dieses, ey krass, man, so als Abitur, das lief ganz gut, jetzt bisher schauen, ich will noch weitere Dinge verbessern und ich bereite mich jetzt schon wieder vor. Einfach, ich bin stolz darauf, auf das, was ich schaffe, ja, weil es ist, glaube ich, eine Sache, und ich möchte euch an der Stelle auch super gerne mal sagen, ich bin so krass stolz auf euch und ihr sollt selbst auch so stolz auf euch sein. Ich bin auch so stolz auf mich, auf was ich alles schaffe. Und ich glaube, dass es so oft passiert, dass wir in diesem ganzen Prozess uns denken, ich muss noch mehr, 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 mehr und das morgen und morgen und übermorgen, bla, 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 bla. Aber du vergisst die ganze Zeit, dass du in diesem ganzen Prozess schon eine mega krasse Leistung bringst, okay? Und deswegen, mach dir das auch mal bewusst. Gerade bei deiner Reflexion sagt er wirklich, krass, Mann, krass, was ich hier auch abziehe und krass, wie sehr ich mich für meinen Traum, für meinen Zielschnitt vielleicht einsetze. Krass, dass ich nebenbei noch meine Freundschaften pflegen kann, mich gleichzeitig noch um mich und meine Gesundheit kümmere. All diese Dinge, sei mal stolz auf dich. Das habt ihr euch wirklich, wirklich verdient. Und vor allem dieses Gefühl von Stolz trägt dich dann auch in die nächsten Monate, in 2019, super rein, weil du auch auf einmal wieder verstehst, warum du das Ganze machst. Es ist nicht mehr nur ein, oh, mehr, 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 mehr. Du verstehst, warum du das machst. Hey, das ist mein Traum. Ich gebe hier alles dafür. Ich bin stolz auf mich darauf, dass ich alles dafür gebe. Selbst wenn es im Endeffekt nicht funktioniert, wenn ich dir ein Zeh nicht packe, dann kann ich am Ende trotzdem stolz darauf sein, weil ich kann ehrlich sagen, ich habe alles gegeben. Und wenn du damit wieder verknüpfst, dann hast du ein viel tieferes Gefühl, einen viel tieferen Grund, in der Schule auch wirklich Gas zu geben. Und das macht dann auch wirklich mehr Spaß. Wenn du dir da unser geliebtes Anti-Motivations-Video anschauen willst, sei ein Abitur, den findest du hier rechts oben. Kannst du dir auch gerne jetzt an der Stelle noch anschauen. Das ist vielleicht auch sehr spannend für diejenigen, die es nochmal anschauen, die es schon gesehen haben. Und ja, wie gesagt, ich bin echt stolz auf euch. Denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leben.